Leseratte Wenn die Leseratte nichts zum Lesen hatte, Wurde sie ganz wild, notfalls las sie Bild. Lieber freilich Fatz, allenfalls auch Tatz, Doch nur auf dem Lokus griff sie mal zu Fokus. Überhaupt, die Zeitung war nur Vorbereitung, Erst das gute Buch war ihr Glücks genug. »Suchst den Reiz des Lebens ohne Buch vergebens«, Sprach sie, »und ich spüre mich nur bei Lektüre.« Wenn die Leseratte was zum Lesen hatte, War ihr Glück total und der Rest egal. » ethic不行«, oder zwar » »fie dich«, » Mmh. » Untertitelung des ZDF, 2020